ja liebe leute willkommen zurück ich habe erstmal eine basis hingesetzt hier aber ich hatte hier hinten hatte ich ein research terminal das weiß ich ganz genau wo ist das hin hier war ein research terminal ich hatte nämlich alles was ich jetzt bauen kann mehr ist es im prinzip noch nicht also so für den anfang hatte ich jetzt gemacht seltsam also okay also was wichtig ist was total wichtig ist alles einsammeln sobald irgendwo ein stein siehst wegpicken einsammeln mit der pickaxe alles einsammeln was geht an stein ja dann ich habe den fehler gemacht ich habe nitrato server bin ich drauf das ist wahrscheinlich schlecht die performance ist dort nach wie vor schlecht das kenne ich selber ich mache ich lasse es erstmal so aber ich werde es wahrscheinlich mal wechseln demnächst weil das ist die sind schrott ja dann ist das was ich schade finde im moment ist die tür die tür war schon immer schrott bei dem spiel irgendwie das hat noch nie richtig geklappt in der alpha und davor so und jetzt ist es so warte mal sehen also gut heute kam update aber ich weiß es nicht ah ja genau jetzt kann man kann man sehen also die tür ist offen ja und ich habe hier so eine nagel pistole und wenn ich jetzt schieße so offene türe aus mal sehen ob das jetzt ja ich demolieren meine base ich kann nicht mal aus der tür schießen das geht nicht und das ist mir das letzte mal beinahe zum verhängnis geworden weil ich habe darauf geballert da war dieses viel hier unten was hier immer noch ist oder mal hier gucke jetzt muss ich hier rein dann dachte ich hier okay assi vieh vor der tür aber das ist schlecht das ist schlecht das heißt ich muss raus aber ich habe wenigstens noch die früchte hier auf der 3 liegen ich habe wahrscheinlich ein bisschen pech das gerade hier das ding spawnt hier vor meiner türe ich meine gut das hat wieder den vorteil dass ich halt credits und punkte kriege so das ist okay mal sehen ob jetzt was drin ist oh ja jetzt ist mal was drin okay das war nämlich am anfang auch nicht gut das haben sie geändert ja aber die tür ist nach wie vor recht ich hatte den eingestellt wenn man hält kann man hier auf automatik machen das ist noch schlimmer dann habe ich das wieder weg gemacht du kannst die echt nur manuell betätigen und dann also wenn es offen ist hier ist er halt eigentlich nicht offen ja ich verstehe das nie was so schwer ist an der tür zu programmieren keine ahnung also naja gut das ist ein bisschen enttäuschend finde ich das ist schade so was ich jetzt wieder baue ist die forschungsstation hier die research station warum die verschwunden ist wir stellen die noch mal hin wir schauen ist das noch mal an mal sehen so ok passiert weil wir wieso ist das seltsam ok also das hat er jetzt gar nichts zu suchen wieder gerade hingesetzt oder mal ich hatte in die schmelze da ist noch etwas drin ok da ist das geschmolzene was ist das kupfer das hauen wir hier rein na gut das ist egal wo ich das rein tue ja öl hatte ich schon gemacht dass wir raus und also und dann nehmen wir die sachen hier und hauen die hier rein das hat jetzt ein value von 28 zack kriegt man hier irgendwie punkte und dann können wir research und dann können wir hier die sachen freischalten das ist natürlich also ein kleines medikett kann ich bauen das könnte ich jetzt machen da verbrate ich halt 50 ich habe 92 also die großen naja ok aber die klein ich glaube die klein immer die klein hier tötet von diesen warte mal wie will 67 ist eigentlich noch ok aber ich nehme die meine sachen mit sondern ich haue die mal hier rein dass es mir jetzt dazu wertvoll ist quasi wie mein gemein das auch jemand aufbewahrungs ding weil wenn ich aufbewahrung machen würde das geht noch gar nicht research ich glaube dass wir hier hinten genau brauche ich 100 100 von diesen punkten und die punkte die kriege ich nämlich nur wenn ich hier diese wo sind sie sind sie wieder weg dahin ist wieder so ein großes ding wenn ich die halt töte okay das heißt okay machen wir so man kann doch der faust hacken ja hier mit auch mit der spitzhacke hacken dann geht das auch so geht halt schneller also diese trocken hier da oben da krabbelt als baum hoch da hinten das ganze oben ja und für die dinger braucht man eigentlich keine munition vergeuden die kannst du ja mit den mit der spitzhacke kannst du die hier weg machen und dann müsste es eigentlich rüber gehen und es geht weiter ja genau dann gab es hier vorne muss schauen da haben wir erstmal weg hier vorne ach so das was geändert wurde war auch noch dass man jetzt aus diesen kohledingern glaube ich nochmal testen da kriegt man jetzt auch dieses diesen 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 öl sand raus da kommt der öl sand wo man da noch ein paar andere sachen machen kann und hier vorne war eigentlich so ein klumpen den konnte ich nicht abbauen nee der war es nicht das war so ein roter das ist mir schon ein paar mal vorgekommen dass schon als ich gestartet bin war das der fall sehen das glaube ich hier oder vielleicht ist auch weg weiß es nicht wo ist der ne der war es auch nicht dann ja keine ahnung kann man schon passieren dass dann irgendwelche blöcke die lassen sich nicht abbauen ja so würde man da oben liefst du ein ding rum die nagelpistole wenn man hier unten gab es dann oder war das der ich weiß es nicht ne der war es auch nicht naja dann ja das scheint wahrscheinlich schon immer wieder mal repariert zu werden oder so gut was keinen sinn macht ist bäume fällen das macht keinen sinn A geht's nie B äh braucht man auch nix mit holz anfangen im moment so 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 wie sieht's aus na los geht ähm ich wollte nämlich mal hier war noch irgendwas anders wollte ich mal gucken weil das ist wahrscheinlich auf der anderen seite gewesen oder waren das diese 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 knüppel waren das glaube ich ja jetzt habe ich wieder so ein laufgeräusch guter geschmackssache ich glaube aus den knüppeln kommt irgendwas raus nö doch oder oh na doch ok es ist doch kam was raus ich wollte das war doch richtig in erinnerung ok ja weil das nächste eigentlich an die 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 nächste aufgabe ist quasi dass man hier jetzt ähm von diesen punkten halt viele kriegt das ist eigentlich so warte mal tot oder was alter widerstandsfähig hier die dinge also die sind wahrscheinlich effektiv das hatte ich mal gesehen die anderen die sind ja hier wo sind die hier die sind ja quasi hast tödlich also die die sozusagen befreien dann einfach immer ins gesicht so kriegt man da oben punkte 25 credits und welche rangpunkte mal wie viel habe ich jetzt noch von den 31 ok vielleicht reicht das noch für die also das braucht bald neuer aha alles klar immer wieder zurück aufs bono heftig ja halt nitrate server habe ich aber zu spät gesehen so 17 noch und die anderen dann schauen wir mal was wir da wieder kriegen ja eigentlich kann man dann das metall was man kriegt kann man komplett dann hier dafür ausgeben das heißt ich habe es keine munition mehr ich mache mal zurück ähm ja genau und erstmal alles entschmelzen der steht da unten he ok dann gehe ich woanders lang hm muss jetzt nicht sein dass ich jetzt hier kurz vor knapp sterbe weil die halten schon was aus munition habe ich auch keine da gehen wir halt andersrum ja das sind die einen die anderen wahrscheinlich effektiv die ein die hier so rumrennen die sind da ist kaum was drinne und bei den anderen da kommen wenigstens ordentlich die die viecher raus so oh da oben ist noch ein nest genau unter meiner hütte na gut aber ich glaube jetzt normal wenn ich dran vorbeiläufe da passiert ja nichts sondern ich muss die dann bewusst weg machen dass die rauskommen na gut warte mal 65 habe ich an ich mache mal mal heilung so eine frucht macht fünf heilungen das ok ok das heißt was wieder duster also licht oder sowas warte mal ne ich dachte da oben war in der ecke was kaputt aber das täuscht er weil ich ähm hatte nämlich diese research station gebaut und die ist weg naja gut dafür war irgendwas in der neuen drinne wir können ja nochmal probieren das kann man nochmal checken das muss jetzt nicht wenn ich jetzt sage wenn ich jetzt sage hoffentlich ist hier vorne nicht gespawnt von diesen komischen vier ob es da habs da habs da habs da habs nö gut ok wenn ich jetzt sage ich mache mal die tür zu naja das ist ja nicht so ganz dicht kannst du durchschauen ok wenn ich jetzt sage ich mache nochmal eine ähm kann ich die bauen oder fehlt mir jetzt irgendwas wieder was ich jetzt wahrscheinlich fehlt mir irgendwas was ich aber äh ja mir fehlen der ganze kram den ich hier dabei erstmal reingetan habe so nimm das erstmal zu mir was ist das jetzt glas ach ach das ist ja aus dem ach ja siehste aus dem felsspat genau ähm dann nehme ich das mal rüber lieber weil ich will das dann die verbrauchen das ist kupfer das kann nur daraus werden genau ok weil wir können nämlich mal folgendes machen ähm die nehmen erstmal rüber wir craften jetzt nochmal aus als test ähm ja eine research station dings nehmen so jetzt setzen wir die ähm mal hier hinten einfach so aus test so ist ja wieder was dran ne ne schade ha ok äh zweier bringt nichts oder mal kann man das weg machen ähm cancel press 2 press 2 press 2 press 2 hm oh so mach mal weg ok ähm wir können ich wollte nämlich folgendes machen erstmal das ist nämlich jetzt ich wollte eigentlich das habe ich am anfang dann nicht gemacht ich wollte nämlich hier ähm wir machen mal 2 oder 1 wir machen mal 1 erstmal ja wir machen 2 so 2 von den fenstern das wollte ich nämlich machen das habe ich dann nicht geschafft und zwar damit man raus gucken kann das heißt ich könnte jetzt diese seite könnte ich jetzt eigentlich ähm ähm wegreißen und jetzt könnte man hier fenster bauen damit kann man nämlich raus lunschen und hat alles im blick und das gleiche kann ich eigentlich hier hinten hin machen da kann man hier ebenfalls ein bisschen raus gucken einfach so weil es hübsch ist so genau da sehen wir dann auch ob es hell oder dunkel ist und hier sehen wir was vor der Tür ist und das passt so und jetzt mach ich das mit diesen ein krypt 15 also die lohnt sich dann schon das sind 14 8 ist nichts das ist das andere was war das 18 19 naja 12 das heißt das ist nämlich das ist nämlich ganz schön heftig jetzt sehe ich also wenn man jetzt auf den normalen einstellungen das macht das ganz schön heftig wenn man jetzt sagt okay hier braucht man ganz schön viel aber ja gut also 200 haben wir jetzt so das heißt wir könnten eigentlich machen wir großen container oder warten wir noch auf die spikes wobei die brauchen wir nie aber eigentlich vielleicht sollte ich auf das noch machen andererseits einen großen container der schadet nicht weil da kann man nämlich ein bisschen looten und kram reintun ich mache das erstmal und dann wäre ich noch ein bisschen weiter looten hier um dann hier diese sachen zu kriegen machen wir erstmal das und jetzt können wir mal schauen was das ding kostet wenn wir das bauen hier ok ok so dass jetzt mal das klein mal irgendwo hin das ist so groß ist ja jetzt mal das ding hierhin so kann man da nämlich die sachen kann man dann hier rein werden oder mal die ganze kohle brauchen jetzt eigentlich auch nicht wir machen das mal so und hauen hier den kram rein dem erst mal ich brauche und die sachen kommen wir ebenfalls rein immer so so dann wird man kann ich kann ich die eigentlich reparieren ich kann nur umbenennen das will ich gar nicht das heißt wir werden wahrscheinlich ich muss hier alles zu mir nehmen wir werden noch so eine haxt erstellen genau so als sicherheit dass man die haben und natürlich munition so lassen wir das so oder machen wir so machen wir so ok und dann das hier rein gut ok da würde ich sagen ich mache schluss ich mach erstmal schluss ich werde noch was was sind dieses kreuz hier vorne das weg machen ja hallo ok hier kann ich nie weg machen ich weiß es nicht so also ich mache es mal schluss und wir sehen uns dann das nächste mal denke ich wieder und wenn interesse besteht ich werde ein bisschen looten bis form und dann schauen wir mal weiter so dass wir dann bald mal irgendwie vielleicht irgendwas anders noch bauen können also in dem sender bis zum nächsten mal ciao so